Okay, 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 okay! So gut ich leg' los ne? Okay. Hijo. Guten Tag, sorry. Sächen. Dann ist der Matt Bonsai mit dabei. Ja, ich grüße euch. Und der Dominik, a.k.a. Kagome, ist auch wieder am Start. Jo, hey. Hey. Hey, wie geht's? Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, hergehetzt hier. So, und Särk sind wir dann später auch noch dazu kommen. Der ist irgendwie gerade noch beim Arzt oder so. Und, ähm, yo, Leute, los geht's. Und wir haben jetzt richtig einen Plan und uns vorbereitet und Spot rausgesucht und mit Struktur wollen wir das jetzt alles machen, weil wir wollen nicht, dass es hier so schnell vorbei ist. Das geht schon in die Hose. Rechts oben, Alter. Rechts oben wird dann wieder ein Counter sein, der runterläuft. Diesmal haben wir uns ein bisschen mehr Zeit genommen. Wir haben jetzt über eine Stunde diesmal Zeit. Plus, ähm, ach ja, und der Gewinner bekommt diesmal wieder von Nitrado einen 100-Euro-Gutschein. Also nochmal vielen Dank an Nitrado, dass das so spontan wieder geklappt hat, dass wir auch einen kleinen Preis ausschenken können. So gut. Ich werde das noch ganz schön meinen Charakter irgendwie... Ach, du Scheiße, ist die hässlich. Aber gut, lass ich das einfach mal so. Äh, ich bin die schönste Prinzessin. So oder so. Und ich, also unterscheid, wir sind alle richtig aufgeregt. So, Lutz und so hat auch schon gemeint, Alter, Alter, Alter. Ne? Irgendwie so hat er gesagt, glaube ich. Ich verstehe es nicht. Okay, dann versuchen wir mal eine Rechnerin zu starten oder so, aber wir müssen jetzt mal hier loslegen. Äh, Westen, 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 Treibern wie jetzt waren. So, los geht's, Leute. Los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. So, und das Ziel ist jetzt erstmal schnell sammeln. Wir haben uns jetzt auch alle feste Aufgaben gegeben, wer was macht und so weiter. In der Hoffnung, dass es diesmal ein bisschen besser klappt. Das Ding ist nämlich auch, dass, äh, in der letzten Staffel waren die Leute schon teilweise so viel weiter gewesen. Da gibt's zum Beispiel einen Tribe, der irgendwie Crusader heißt oder so. Die hatten schon so krassen Scheiß gebaut. Und wäre ich nicht an dem Flugzeug hier gestorben, wäre ich irgendwie anders, weil dich sehr, sehr schnell verrägt, definitiv. So, und wie sieht's jetzt aus hier? Karte, Karte, Karte. Eigentlich wollte ich nämlich mal ganz schnell nach Süden hier gehen, diese eine Insel, die man da im Süden sieht, weil das soll eine hohe Spahnrate von Affen sein. Das werde ich gleich mal noch mitnehmen. Ich hoffe, dass ich jetzt währenddessen nicht sterbe. Und da müssen wir uns mal sammeln. Ähm, ja, wir sind halt genau, ähm, da, wo wir unsere Interim-Space gemacht hatten, mal auf dem Hardcore-Server. Ist das noch? Steckt an dem roten Obelisken. Weiß ich gerade nicht so genau. Ich bin Kali zusammen. Ja, ich glaube, ganz dumm geweiß ich noch oder so. Muss ich gleich mal gucken. So, ich muss erst mal jetzt hier ganz ruhig ein. Jetzt, wir machen erst mal wieder Leben hoch, ne? Das Prozedere kennen wir ja alles, aber das müssen wir jetzt trotzdem irgendwie durch. Ja, nimm erst mal den Reit an Lutz. Wir übergeben dann den Trap-Glash oder gehen dann in den Zeilen. So, dass wir so lange die IP teilen. So, dann lass uns hier mal, so lange bis Beam da ist, mal ein bisschen, ähm, Leveln, ne? Leveln vorbereiten, zack. Ja, mach das schon mal, mach das schon mal. Und ich hoffe, dass ich irgendwo einen Affen finde. Weil, wie gesagt, ich hab mir vorhin extra auf Gamepedia, da gibt's ja alle Infos zu Ark und so, haben wir die Karte angeschaut, wie die Spanrade von den Riesen-Gorillas ist. Und laut dieser Karte soll da unten in dieser Insel ganz viele Gorillas sein. Oder die Spanrade sehr, sehr hoch sein. Und deswegen wollte ich da mal ganz schnell nachgucken, ob wir da vielleicht nicht so wahrscheinlich einen finden. Und hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, diese Metro-Berris sollen sehr, 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 sehr gut sein. Um die zu tame, dann geht das noch schneller. Wen haben wir denn da? Hey Lutz, ich bin hinter dir. Oh, nice. Echt? Au. ... ... Was passiert denn jetzt? Wie? Wow! ... Wahnsinniger! Ah, die habt ihr schon getamed oder was? Ja ... Sag das noch! Hey, stopp, das nicht. ... ... ... Sehr gut, war sich nicht beweistig und geb ich gleich die Rechte. Na gut, dann hättet ihr halt jetzt den 100 Euro Gutschein gewonnen, ne? Hä 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 Ähm, wie man, nehm ich den an? Ah ja, ich muss auch... So, äh... Nein. Das hier muss ich klicken, ne? Ja. So, okay, wunderbar. Das bleibt ja super. Ja, da kommen wir... Soll ich da jetzt alleine auf die Insel machen oder wollt ihr mitkommen wegen Affen gucken? Ne, ich würde sagen, lass doch lieber auf dem Weg nach Norden gucken, ob wir einen Affen finden, oder? Wie gesagt, da drüben soll eine hohe Spahnrate von Affen sein. Deswegen wollte ich da mal ganz schnell nachschauen. Ja, dann geh du schauen und wir machen und wir bereiten uns hier ein bisschen vor in der Zeit. Ah, das ist genau okay. Dann levelt wir das jetzt schon mal ein bisschen. Aber ich könnte wenigstens eine Axt gebrauchen, dass ich mich ein bisschen verteidigen kann. Moment, ganz ruhig. Das machen wir mal noch ganz schnell. Axt, Speer mach ich auch. Knüppel muss ich ausgeben, weil es so schlecht war. Ich glaub, der Knüppel ist wirklich ein bisschen OP, Leute. Hab ich zumindest bisher so das Gefühl. So, Woters, gehen lassen wir erstmal weg. Wir haben sowieso die ganze Zeit Bären. Wir machen erstmal die Rüstung jetzt hier voll. So. Oh, Leute, Leute, Leute. Ich will mir wenigstens ganz schnell erstmal eine Basisrüstung machen. Die, 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 die. Aber fängt ja gut an, fängt ja gut an. Hey, Lutz. Die Dylos angerannt, Alter. Glaubt ihr ja nicht. So, ganz ruhig. Weiter skillen. Machen wir erstmal Held weiter. Ich mach erstmal Wait jetzt hier ein bisschen. So. Das machen wir später. Ich skill jetzt erstmal oder crafte jetzt erstmal ganz schön die Rüstung hier, damit ich wenigstens ein bisschen was anhabe. Nehmen wir erstmal einen Dillo mit hier, zur Verteidigung. Aber krass, also jetzt schon zwei Dylos, ey. Ihr seht schon, das wird jetzt hier, das ist ambitioniert jetzt diesmal. Hat jemand von euch Heid zufällig? Okay, dann kann es mir das doch geben. Machen wir das so. Moment. Schnupp. Schnupp. Was mach ich denn hier? Ich mach Mist. Ich bin aufgeregt. So. So. Nimm, 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 nimm. Auch wenn wir jetzt deutlich mehr Zeit haben, also wir stehen jetzt wirklich hier ein bisschen unter Druck gerade. Ich gehe direkt vor der Nase. Wir haben jetzt trotzdem einen besseren Plan. Auch den ganzen Ablauf, was wir jetzt so die nächsten ein, zwei Stunden machen, wissen wir ganz genau ungefähr, wie die Prioritäten sind. Und nicht die ganze Zeit nach einem scheiß Affen suchen. Nur der erste Affe ist wichtig. Der erste Affe ist wichtig. Danach ist es erstmal egal, dann sind erstmal andere Sachen wichtiger. Wie zum Beispiel ein MG-Geschütz und ein Sniperwaffen. Und so weiter. So, okay. Besten 3 hast du gesagt, hm? Jo, genau. Besten 3. So, äh, Beindinge brauchen wir. Torso. Dann ein Hut. So, machen wir es mal eben wieder. Boom. So, was geht? Da bin ich auf dem Server, jawohl. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So. Das Linkshot machen wir auch gleich. Die ist wichtig. Das machen wir auch gleich noch. Den Rest schaue ich dann in Ruhe durch. Mit Level 15 wird es dann erst wieder interessant, weil wir dann mehr Rüstung craften können. Gut, dann klappt nochmal hier hin. Dann ziehen wir noch alles an schnell. Dann bin ich wenigstens erstmal ein bisschen gerüstet. So, helf. Ich bin schon Level 8, Alter. Geht ab hier. Komm, komm, go, go, go. So, damit wir noch ganz schnell eine Axt machen können. Gib mir bitte Flint. Gib mir Flint. So, wunderbar. Quarate Tanny will ich. Und jetzt Axt. Das habe ich ja sogar schon hier runter gemacht. Wart ihr bei der Insel oder wo seid ihr schon weitergelaufen? In der Nähe von der Insel. Dann frag am besten mal Lutz und so und bei dir. Ja, ich sterbe glaube ich jetzt gleich. Was? Nein, nicht, nicht. Ah, ich habe mich halt hier verversehentlich so ein Ding angehauen, ja. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So gut, Leute. Ich mache mal ganz schnell auf die Insel jetzt. Ich habe jetzt erstmal die groben Basisachen und schaue mal ganzwegs, ob wir dann Affen finden. Das wäre natürlich super orsen. Am besten gleich vier oder fünf Affen, ey. Das wäre cool. Ich würde mich schon über einen Affen freuen. Das große Problem war nämlich auch in der zweiten Staffel gewesen, dass wir wirklich erstens unabhängig davon, dass wir super langsam waren. So, auf, der haut gut rein. S2 ist Level 6, aber. Dass wir super langsam waren, war auch, dass die Prioritäten völlig falsch gesetzt waren. Mach den mal bitte auf, äh, Dings aggressiv schnell. Wir haben nämlich die ganze Zeit Affen gesucht und so und das war einfach dumm gewesen. Wir hätten uns viel mehr auf die Base konzentrieren sollen und waren dementsprechend dann viel oder ziemlich aufgeschmissen, wo dann ein Flugsaurier ankam, ne. So, was ist denn das da vorne? Das ist eine Schildkröte, oder? Ist das eine Schildkröte? Was hast du denn mit dem gemacht jetzt? Okay, das sieht irgendwie witzig aus. Das ist ein Schildkröte. Okay, aber wir haben keine Zeit, um uns das jetzt anzugucken, dieses Naturschauspiel. Das müsste jetzt aber hier die Insel eigentlich sein, wo so viele Affen sind. Glaube ich zumindest. Oh, rein, was fällt denn da so aus hier? Ich habe, ich weiß nicht mal, da wo der Kronkurken ist, bin ich. Aber laut Kronkurken bin ich im Wasser. Können wir hier nochmal schauen. Aber hier ist nirgend so was. Ne, 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 ist egal, vielleicht finden wir dann unterwegs auch irgendwie noch einen. Müssen wir mal gucken. Wir müssen jetzt sowieso noch eine ganze Strecke zurücklegen, weil wir wollen jetzt direkt da hinlaufen. War da hinten noch was gewesen? Wir wollen jetzt direkt da hinlaufen, wo wir auch dann die Base bauen wollen. Dass es diesmal alles ein bisschen schneller geht. So, Leute, ich komme jetzt. Ich komme jetzt zu euch. Jo. Alles klar. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von irgendwelchen Piranhas angegriffen oder so. Es ist so schön unter Wasser, wo mich keiner hören kann. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Irgendwas, irgendwas kommt hier. Irgendwas kommt hier. Mich haut was. Wo bist du? Mich haut was. Bitte lass es ein Fisch sein. Okay, es ist ein Fisch gewesen. Sehr, sehr gut. Okay, komm ja an den Strand. Puh, das Gute an Fischen ist nämlich, dass sie nicht mit ans Land kommen. Captain Obvious. So, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Okay, ich bin wieder weg. Hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Mal kurz ein bisschen Flind holen. So, okay. Also jetzt noch hier mit Bonsai. Komm her und dann leg mal los jetzt. Dann lauf mal los. Ich versuche jetzt einfach irgendwas zu hacken, irgendwie vom Dächeln zu machen, um Level hochzukommen. Während wir jetzt hier auf, äh, mit Bonsai machen. Jo, ich bin auf dem Weg. Ich hab dir die Langzunge gelesen, ne? Die Langzunge, dann bist du zu weit im Norden, glaub ich. Na, dann kommen wir zu dir, würde ich vorschlagen, oder? Alles klar. Sag mal deine Koordinaten. Ähm, ich bin laut Karte bei 70, 12, ungefähr. 70, 12, okay, dann bleib genau am Wasser stehen. Alles klar, ich bin direkt am, am 10. Dann kommen wir, dann kommen wir zu dir. So, weiter, hilf. Ach, im Wade, am Anfang gerade Wade skillen, weil man gerade sehr, sehr viel Craft immer anfangen, macht das sehr viel Sinn. So, ich screle jetzt erstmal nichts, das mach ich dann alles später auf einmal. Und mit Bonsai hat auch gemeint, dass das Fernglas super wichtig ist. Das wusste ich auch noch nicht so, dass, äh, mit dem Fernglas kann man ja sogar sehen, äh, zu welchen Tribe das Tier gehört, und welches Level das Tier ist, und so weiter. Das heißt, wir, ich werde dann auf jeden Fall dann auch gleich ein Fernglas herstellen, und das auch sehr viel öfter benutzen, weil vom PvP macht das sehr viel mehr Sinn. So, Leute, wie sieht's aus? Lauf mal los jetzt hier. Äh, jo, oder? Ich muss mich grad hier Waffen ausrüsten. Und ich muss was essen, sie gerade. Hab ich noch Beeren, Beeren, Beeren? Oh ja, das sollte ich auch mal. So. Die Match-Barries hält dich mal auf, aber wie gesagt, die sollen gut gegen Affen, oder für Affen sein, zum Tamen. Aber da ist schon ein Raptor, und killt mich gleich, ich bin tot. Gut, dann mach gleich Respawn, dann mach Respawn. Direkt Respawn, und wir warten hier. Ja. Das ist erstmal so. Äh, wait wollte ich noch weiter skillen. Wait, wait. Ähm, nee, sehe ich keinen. Ich bin schon Level 25, Alter. Das geht richtig schnell jetzt, ey. Das ist supergeil. Supergeil, supergeil. So gut, jetzt mach ganz schnell noch die Hydros, um mich das nachher stellen. Mal ganz schnell. Hyd. So, oh, das ist wunderbar mit der Suche. So. Okay, das war alles gewesen. Okay, Handschuhe können wir schon herstellen. Was fehlt denn jetzt hier noch? Nü-dü-dü-dü. Einen Helm brauchen wir noch hier drinnen. Torse habe ich schon, Handschuhe habe ich eben hergestellt. Schuhe muss ich noch hier reinhauen. So, das kann man dann alles dann gleich herstellen, sobald ich Hyd habe. Ähm, jetzt kann ich schnell für uns drei eine Hydros herstellen. Ich kann auch schon Hydros dann machen. Nö, nö, das mache ich. Ja, ich wollte sagen, wir laufen jetzt erstmal los. Wir treffen uns jetzt mit Bonsai und dann laufen wir jetzt endlich Richtung Norden. Ab geht's, Leute. Ab geht's, ab geht's, ab geht's. In der Nähe, nö. Nö, es ist gut. So. Das ist so gut. Ja, ich hau mir dann auch da bitte drin. Dailo. Ich hab leider keine Slingshot oder so, das müsst ihr mal übernehmen. Nimm die Keule. Keule. Ach ja, Keule, gute Idee, Alter. Komm her. Einfach mit der Keule. Oh, Mist, das ist weg. Ja, wir, mich hat er nicht getroffen. Neh, mich. Äh, das sind mehrere. Ne, das ist... Ja, dann mach den mal auf Passiv, bitte. Ja, ist schon. Okay, sehr gut. Alter, welches Level hat der denn bitte? Der ist ein bisschen höher. 70. Oh, okay. Der wird dann über Level 100 sein, wenn man haben. Ja, ich mach auch langsam hier, aber schlapp gleich. Dann geh weg, Nutz. Dann mach ich. Ich hab halbes Leben noch. Okay, meine Keule ist kaputt. Verschneide eine neue. Ich hab's gefühlt, dass ich ihn nie treffe, ey. Okay, wir haben ihn. Nice. Aber ich hab noch keinen Fleisch, das müsst ihr reinhauen. Jo, bis drin. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ich hau mir mal eben noch hier ganz schnell die Wutten von Dachon wieder rein. Ah, nice. So, ähm, Jeep, Jeep, Strukturen. 98, nice. Ne, 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 so Wutten von Dachon. Hm, na, sie selten. Mach ich mal hierfür. So, dass wir das immer nebenbei mal herstellen können. Was brauch ich denn Wutten von Dachon? Ähm, Wut und Fiber, okay, alles klar. So, wollen wir weitermachen? Ja, wir wollen weitermachen. Befort, eine, eine Sekunde bitte. Ich seh aber immer noch hier einen Bronto. Ja, vielleicht ist er einfach ein bisschen weiter am looten, das kann ja sein. Boah, ich will keine Steine, ich will Fiber. So, sehr gut. Ein Level 100 Daido, das ist nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt. Einfach weiter auf Leben und Melee Damage-Skillen, da macht er nämlich auch gut. Aua, kann man zumindest nicht unterschätzen dann. Läuft ihr weiter? Ich stehe direkt am Wasser, der Bronto. Ah, ich bin, ja, hier bist du. Ah, yeah. Okay, also ihr müsst, ihr seid einfach weiter in den Norden gelaufen, oder? Ja, genau. Der kommt gleich sofort. Dann komm ich, ich komm, ich komm mal. Kannst den Tribe auch umbenennen. Jo, das machen wir dann später in Ruhe. Genau, ja. Sehr gut. Ich fand den Namen nicht beamen oder so, was wir da hatten, eigentlich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Ich will mal ganz schnell den Dodo hier kennen, ich brauche die Heid, ich will Heid haben. Wenn ich sie auch die Beamkiller nennen, dann fallen wir gar nicht auf. Oder wir nennen uns Crusader, weißt du? So, okay, machen wir noch schnell eine Hose. Dann Schuhe habe ich glaube ich schon, dann brauche ich noch einen Helm. Und einen Torso. Und eine Schuhe brauche ich glaube ich auch noch, ne? Ich bin die ganz solche. So, dann habe ich aber erst mal genug Heid und dann passt das. So, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich lebe jetzt erstmal weiter, mach ich mal 8 weiter. Ich mach mal, ne, ich mach jetzt erstmal, ich fang jetzt an mit Movement Speed, mach ich mal auf 110%. Jetzt gerade am Anfang macht das ja sogar noch ein bisschen Sinn, dass du es gehen. Später rennt man ja sowieso nur auf Dinos dann rum. So, den ganzen Scheiß jetzt hin anziehen und dann komm ich, Leute. Ich komm mir gleich. So, den Mist hauen wir wieder weg. Das ist ja genauso. Slingshot hauen wir noch hier rein. Slingshot ist ja auch nicht so verkehrt. Kann man ja auch gebrauchen. Wobei das mit dem Knüppel, ne, das ist natürlich jetzt ganz, ganz günstig. Wobei ich als ganze Zeit das Gefühl mit dem Knüppel, dass ich es nicht treffe, weil irgendwie die Range ziemlich gering ist. Ich sehe auch den Pronto. Willst du sagen, komm? Sag mal, das kann doch nicht sein. Das ist doch definitiv unser Pronto, den wir mal bebaut hatten, oder? Weil jedes Mal steht er hier, wo wir damals unsere Base gebaut hatten. Ja. Hatten wir überhaupt unsere Base hier gebraucht? Ne, die haben wir gar nicht hier gebaut. Okay, ich nehme alles zurück. Das ist komplett woanders und wir sind. Aber das sieht ja ein bisschen so genauso aus. Wisst ihr, weil hier sind die Felsen, hier ist der Strand und so. Aber egal. Das ist der Beam ja ein bisschen verpeilt gewesen. So, wo ist der Beam? Ich laufe schon weiter vor. So, ich gehe hier vorne und jetzt einfach mir und mal schön folgen, dass wir zusammenbleiben. Aber da fährt er noch einer, oder? Kagome fehlt er dann noch. Ne, 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 ich bin recht. Dann fehlt der Bond sein noch. Oh, dann go, 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 go. Oh, die Dailos kommen nicht durch. Scheiße. Ja, aber das würde jetzt die ganze Zeit passieren. Also. Na, jetzt kommen sie. Ja, genau, passt. Die kommen früher oder später kommen sie schon nach. Ich würde aber gerne so vielleicht so 100 Meter rechts vom Strand laufen, weil das die Wahrscheinlichkeit höher, dass man Affen sehen. Oder? Also wenn wir jetzt hier schon langlaufen, würde es das Sinn machen, wenigstens die Strecke zu nutzen und da hoffen, dass man Affen finden. So, da vorne drin sind irgendwie erst mal gestorben. Da sind irgendwo zwei Raptoren. Ja, äh, ja, da hinten ist einer. Ja. Laufen wir vorbei, oder wollen wir den? Ne, das ist auch ein Kano, das ist ein Kano. Okay, äh, weg. Ja. Ich hoffe, ihr habt auch alle Sperre gecraftet. Wartet mal, Sperre. Äh, bei mir sind die... Äh, das sind die Chips, die Chips verschwenderisch. Äh, Lutz, Alter, was geht bei dir? Achso, warte, ich habe viele davon dran. Warte, eine Sekunde. Oh, geil, 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 geweckt, Mainz. Alles klar. Lutz, Alter, mal hör dich. Danke, ciao. Also, ich kann gerne, ich kann gerne Pizza essen, aber nicht eine Aufnahme telefonieren, ey. Also, dann halt, müde dich einfach, man. Ich habe versucht. Ja, hat doch nicht geklappt. Oh, scheiße, ich habe gerade so am Arsch. Ah, fuck. Äh, ich glaube, wir rippen jetzt hier, wenn das so passiert. So, wie es weitergeht. Ja, ich bin jetzt hier. Oh Gott, wir rennen hier. Fuck, fuck.